Liebe Freunde der gepflegten Trinkkultur, herzlich willkommen zu einer nächsten Runde von Aspa Special. Wir haben heute den Brandy Punch. Dafür brauchen wir einen Shaker. Heimische Himbeeren aus dem heimischen Garten. Wundert euch nicht, die sind tiefgefroren, aber draußen ist es ja auch kalt. Sehr kalt wie man sieht. Könnte man fast meinen, die kommen aus Amerika. So, dann brauchen wir Zitronensaft. Frisch gepresst. Puderzucker. Himbeersirup, in unserem Fall selbst gemacht. Gehen aber auch die leckeren Sirupen von Riemerspiet. Und selbstverständlich Asperat. Sechste. Fügen wir noch ein bisschen Eis dazu. Fange ich schon an. Ich gehe mal wieder in den Keller. Aufzug brauche heute ein bisschen. Ich brauche immer noch ein bisschen. Jetzt das ganze Shaken. Ich verrate euch ein Geheimnis. Womann merke ich, dass der Shaker fertig ist? Wenn's ist, wie bei der Mikro, wenn das Bingen macht. Hört genau drauf. Gehört? Strainer. Fein strainer. Pour. Garnieren mit roter Johannesbeere. Fadouche. Cheers.